BR 2020 Hey, Amalia, wie geht's dir? Gut, ich hab mir gerade neue Weihnachtstanzmoves ausgelacht. Soll ich sie dir zeigen? Ja, klar. Der 1. heißt, schmück den Weihnachtsbaum. Die Arme gehen diagonal so nach oben, als würdest du etwas auf den Weihnachtsbaum hängen. Der Nächste heißt, Geschenke geben. Die Hände gehen so nach vorne, als würdest du mir etwas geben. Bitte schön, für dich. Aha. Und zum Schluss Schnee schaufeln. Die Arme gehen diagonal nach unten. Und 1, 2, 3. Ich glaub, ich hab's. Super. Wollen wir's mal zusammen probieren? Ja, klar. 3, 2, 1, los. BR 2020